hallo meine lieben leute zu dem dritten teil der serie nämlich wird immer wieder abwäschend kommt das erste video ist auf seinem und auf meinem kanal gekommen also sein der der dem wohl im hintergrund hört ja mich aber lecker genau legt er will alp ist das und genau und genau die erste folge kam bei uns beiden und die zweite kam bei ihm jetzt kommt die dritte noch ja aber kannst du mir ja hattest du was ja was ja gut der mann ja nein ja okay ich gebe dir mal was weil wir wollen ja dann nicht hier immer nicht wenigstens die nächste gang ja super mit sich kann ich auch ganz viel anfangen natürlich ja wohl die mal das ist auch nichts lichtern wartet wartet leute ich komme gleich wieder stehe schnell vom tisch also ich so leute ich bin wieder da und du auch oder okay aber geben wir bitte dass du es wir hatten am anfang ich gehe mal hoch und baue mich dort ja ich habe ja auch welchen modus hast du ja ja nein ich meine hast du bist du noch im cheat mode ja ich muss schauen ich glaube ja das könnte daran liegen ja du bist noch ja ich hab ja das weil ich habe jetzt gerade noch fünf es also fünf diese essen zeichen ja es ist komisch ich kann gerade nichts ich habe noch fünf leben kommt nach oben ja wo ist es schon wieder gewesen wo die viele schweigen waren das war da drüben ja ich glaube da kommt aber nicht runter nein ich komme ja nicht ich war auch fast tot jungen jungen fast tot ich mach mal kurz die also baue fang mal an dich darüber zu bauen von hier aus und hier aus da schau 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 dort nach da aber das gibt das ist viel länger nach wenn wir von hier oben bauen das viel länger nein weil da können wir von dort ein wasser mitnehmen ich nehme ein wasser mit weißt du ja dann bauen wir uns lieber gerade gerade von unten mit das ist ja egal dieses gewitter da ist ja aber nein wir bauen wir von oben das ist viel besser ja so aber nein kommt wir waren von oben aus shoutout hast du uns du hast ein wasser eimer ich habe keinen ich war doch 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 du hast die einen weil ich kann ist das komisch kann gerade Mann es ist gar kein ding mehr er ist gar kein ähm, weißt du, ich brauche kein Tumani-Eintens mehr. Ist alles weg? Ja, wenn du, wenn du, wenn du Großbildsturm hast. Ja, ich hab klein bisschen. Ja, dann ist komisch, egal. Aber warte, ich mach uns kurz einen Eimer, weil wir hatten einen. Das finde ich jetzt aber unfair. Warte. Einen, äh, Eimer. Einen Eimer. Dann machen wir hier hin. Gut, ähm, komm, wir gehen nach oben. Lolo, 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 lolo. Warte, 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 warte. Jetzt, ja, jetzt weiß ich, was du machst. Was ich mit der Macht, ich weiß es. Mit mir? Ja, ich weiß es. Ich hab so eine lustige Idee. Aber du darfst nichts, du darfst nichts Böses machen. Wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt herunterschubst, oh, hast du hoffentlich eine Kiste dabei? Nee. Hol eine, hol eine Kiste. Oder ich schub's nicht noch mal runter. Das ist mir egal. Ich schub's nicht noch, ich schub's nicht noch. Nein, bitte, hol noch eine Kiste, kurz. Okay, tschüss. Oh, oh, fast schon. Du hast es geschafft. Oh, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Ja, warte, warte. Oh, schatze. Ähm, so. Warte. Wo? Ähm, warte, schnell. Es ist eben komisch, es geht, du meine Eltern, es geht gerade nicht mehr. Ja, aber, aber dann hol eine Kiste. Okay, warte, schnell. Wir fahren uns von hier rüber. Das wissen wir. Das können wir wissen. Das können wir schaffen. Wollte ich gerade so Glück? Ja, ich habe jetzt eine, ich habe gerade eine Chest. Äh, 54 Chest, meinst du? Nee, 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 nee. Das ist die Zahl, ich habe eine Chest. Ach so. Ich weiß nicht, das ist, aber das ist die Itemzahl. Ah, ja. Okay, dann, äh, gibst du mir bitte. Ähm, Lopo. Machst du die Kiste hier hin? Dann do ich alle meine Sachen außer Erde, also das, was ich baue, da hin. Ja. Oh, du hast mich fast untergestoßen. Wow, mach die Kiste hier hin. Wo? Wo, wo, wo? Hier. Äh, nein, nicht da, sondern da. Da, Mann, was ich war. Guck mal, was ich habe. Ein Schneewald. Dann wer fiel mir an. Ich bin fast tot. Das weißt du schon, wegen dem Creeper. Und ich habe kein Essen. Oh. Da kann ich dich erzählen. Nein, fast. Äh. Okay, alles rein. Alles. Hä? Der Wassereimer ist jetzt wieder leer. Ja, du hast ihn da nicht gefüllt. Doch. Ja, doch, die Zuschauer können das bewahren. Oh, wie. Ich bin tot. Oh. Alles meine Sachen sind in der Kiste, aber das ist gut. Ich bin auch gerade gestorben, aber es ist schlecht egal. Gut. Ähm, Wasser? Oh. Oh. So. Bau das mit einer... Nein, das habe ich spitzelge... Oh. Mist. Da kann ich mir aber mit der Hand abbauchen. Nein, 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 nein. Was ist denn das? Ach so. Ich habe es. Ich habe es schon mal mit der Hand abgebaut und dann ist das einfach zerplatzt. Ja. Einfach zerplatzt. Ja. Einfach zerplatzt. Ja, da ist es einfach zerplatzt, meine lieben Leute. Einfach zerplatzt. Ja, was, was, was rauscht bei mir immer so? Das ist der Wind oben. Der Wind. Der Wind. Aber bei mir ist gar kein Wind. Alter. Ja, das ist eigentlich den Ton aus. Ja, aber das ist... Oh nein! Ich habe die Aufnahme beendet. Warte, wie lange war es? Warte, ich muss schauen, wie lange es war. Ich habe gerade die Aufnahme... Scheisse, ich habe gerade die Aufnahme beendet, John. John! 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 John, ich weiss, dass du noch da bist. John, ich weiss, dass du... Hör auf!